Jo Leute, was geht ab? Flo wieder am Start. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Terra, The Fate of Arun. In der ersten Folge hatten wir hier ein bisschen angespielt. Ich bin hier mit meinem Popori... Was ist das denn für ein krasses Viech? Mein Gott, krass. So was für dich auch. So, ich bin hier mit meinem Popori unterwegs. Mystica ist die Klasse, genau. Und wir hatten hier die erste Quest abgegeben und ich bin jetzt auf dem Weg hier zu Zweiten. Da ist nämlich da vorne das Fragezeichen, wie ihr seht, auf der Karte. Und ja, ich bin jetzt schon Stufe 4 und ich bin gespannt, was ich jetzt noch für coole Zauber hier erlernen kann. So, da vorne muss ich die Quest abgeben. Okay, ich muss jetzt... Ich gehe jetzt mal eben zurück, weil ich glaube, da vorne kriege ich noch ein paar Skills. Kann man sich nicht irgendwie so rollen oder so? Das wäre auch mal eine coole Sache. Da vorne in den, ähm, bei den Zelten kriege ich mal noch so, glaube ich, ein paar Skills, die ich erlernen kann. Was heißt denn, dass hier oben diese Fragezeichen... Aha, 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 aha. Und das hier? PvP nicht gestattet? Mein Einkauf. Ja. Danke. Oh, falscher Knopf. Und was heißt das hier noch so? Schleifgruppen. Ich will jetzt erstmal zum Magie ausbildern. So, was kann ich jetzt... Ah, guck mal. Shara's Blitz 2, das ist mein, ähm... Mein Angriff von der linken Maus, das ist, den kann ich jetzt hier... ...erlernen. Wie viel Gold, wie viel Dings hab ich denn? Oh, ich hab nur noch 3 Silber. Oh, die kann ich mir alle jetzt nicht kaufen, weil die zu teuer sind, das ist sehr ärgerlich. Hä? Achso, die kosten... Achso, Stufe 4 benötigt 0, okay. Sehr gut. Ja, das sind jetzt einfach nur Befehle. So. Ähm... Jetzt kann ich mir auf K meine Skills angucken. Leibeigener Schützes. Beschwört einen Leibeigener Schützes, der nahe Angriffe ausführt und Agro der Monster auf sich zieht. Bleibt 10 Minuten da, bis zu seinem Tod. Nice. Beschwören wir mal. Auf F4 lege ich mir den mal. Fehl Angriff. Angriff kann ich denen quasi sagen, greif an oder greif nicht an. Mach ich mal auf 5 und 6 mach ich folgen. Okay. Gründe immer, dass sie mich alle verteilt. Okay. Ähm, dann werde ich das Ding jetzt mal beschwören. F4. Where he is. Ja, da doch. Guck mal. Der Leibeigene von mir, der... Oh, wir sind ein gutes Zwiegel, wir sind ein gutes Bar-Kollege. So. Okay. Dann, äh, greifen wir mal an. Komm, ich tue dir erstmal irgendwie so ein Viech oder so. Tue dir doch mal was. Greif mal den hier an. Macht der das jetzt? Holen wir. Ja, genau so. Genau so. Oh, oh, oh. Oh, der haut ja richtig drauf, der Kollege. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir außerordentlich gut. Jetzt darfst du mir aber wieder gerne folgen, Kollege. Was hat der denn da für lustige Schwerter oder für lustige Schild? Sieht ja eh richtig geil aus. Soll ich mal 6 zurückfolgen? Jetzt folgt er mir wieder. So, wie es sein muss. So, jetzt gehen wir hier auf zur nächsten Quest. Ähm, da vorne dieses, dieser Stern auf der Karte. Daran erkennt man, dass ich eine neue Quest mache. Wo ist mein Kollege? Ach, der kommt da hinten angetorkelt. Okay. So. Äh. Kann man da hoch? Ne, komm, ich laufe mal hier her. Wieso ist der so langsam? Ist ja schlimm. So. Hier vorne gibt es gleich eine neue Quest für mich. Ähm. Du, du, du. Ach, guck mal, hier kriege ich mir jetzt eine neue Karte. Eine übersichtlichere. Ach, hier hätte ich mir die Upgrades auch holen können. Aber ich bin nochmal zurückgelaufen. Was soll's? Macht nichts. Wie kann ich helfen? Ich nehme hier einfach mal an und gucke dann immer. Also. Ich muss machen. Ah, naja, hier muss ich auch nochmal einen annehmen. Lohnt sich das für mich? Wie? Was? Ja, ich nehme hier alles an. Alles annehmen. Alles annehmen. Alles annehmen. Viel, viel. Boah, die hat auch noch eine Quest für mich. Das finde ich immer doof, wenn man so super viele Quests kriegt hier. So. Wo muss ich hin? Erstmal hier zu den Fragezeichen. Das abschließen. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, üben hier. Trainingspuppe. Achso, Bombe. Wo ist, kommen wir nicht, um auf zwei. Was soll ich mit dem Inventar oder Fäger? Die Trainingspuppen. Ja, hab ich doch gemacht. Mach ich doch. Oh, eine noch. So. Das hätten wir fertig. Zack. So. Meldet euch wieder bei Johon. Wer immer das ist. Dieser Johon. Springen wir mal ganz easy hier runter. Oh. Aber es ist Falsschaden. Ne, gibt aber auch keinen Falsschaden. Hier ist so ein Händler. Ähm. Ich habe jetzt keine neue Quest gegeben. Okay, gehen wir mal weiter hier. Also, stöhnt der die ganze Zeit so komisch? Wer macht hier diese komischen Geräusche? Ich glaube, das ist der Diener. So, was sagt der denn was Schönes? Oh. Bomben sind sehr effektiv gegen Gruppen. Das habe ich mir gedacht. Das ist nichts Neues. Sonst geht es hier unten wieder weiter. Neues Fragezeichen ist aufgetaucht. Oh, guck mal, hier alles schön mit Weihnachtsbomben dekoriert. Äh, gemacht. So. Was hat der jetzt gesagt? Sprecht mit Lilni. Wo immer auch Lilni ist. Ich denke mal, die ist das hier, die hier unten. Da ist Lilni. Jawohl, Stufe 5. Besucher werden uns hier. Ich sage ja auch so. Geht ihr ruhig zum Steiner und drückt dann die F-Taste. Wenn ihr fertig seid, hebt auf, was ihr gesammelt habt. Haut ruf, Junge. Genau so. Ein Roherz. Muss der jetzt direkt in mir stehen? Jawohl. Gut. Das haben wir auch abgeschlossen. Sehr nice. Stufe 5. Das heißt, ich könnte wieder zum... Ausbilder. Oh, der macht... Bildet aber leider nichts für mich aus. Leider. Okay. Ähm. Ich würde sagen... Ich muss da oben hin. Würde ich jetzt mal so behaupten. Weil... Da alles so blau ist. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Lü, 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 lü. Ich glaube, hier muss man... Ich glaube, die Quest kenne ich noch. Hier muss man gleich irgendwie irgendwo hochklettern. Oder wie war das nochmal? Die Ranken hochklettern? Ja, ich glaube schon. So. Ich möchte noch ein bisschen gleich mit meinem... Oh. Ich möchte gleich noch ein bisschen mit meinem Kollegen hier ein bisschen fighten. Ein Detektor-Stein, aha. Er pflückt eine Himmelsblume. Seht ihr hier oben? So. Das ist mein Kollege, der kommt nicht mit hoch. So, ich glaube hier oben muss ich jetzt noch ein Blümchen pflücken. Schauen wir mal. Guten Tag, hallo. Oh ja, wie er sich da hoch quält. Mein Gott. Dicker Pori. So, pflücken wir die? Ja, auch geil, wie ich hier eine Blume pflückt. So. Ich komme jetzt wieder runter. Wie komme ich jetzt hier runter? Die Teleport-Schrift. Achso, okay. Dann nehmen wir die doch. Ich sehe gar nicht, wie der was channellt oder was castet oder wann der Cast fertig ist. Das sieht man nämlich gar nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Wo ist eigentlich mein Kollege? Ist der jetzt weg oder was? Sieht so aus, ne? Uah. Uah. So. Moin. Ich habe kurz Zeit für euch. Nicht mehr im Dunkeln tappen. So. Kann ich mit dem Dude-Typ ein bisschen reden? Ich bin nicht der Typ, der sich immer alles durchliest, wie ihr schon vielleicht merkt. Ähm. Weiß nicht. Ist so ein Tick von mir. Warte mal. Da muss doch noch oben irgendwas sein, oder? Irgendwas ist doch da irgendwie noch angezeichnet. Was heißt denn die Eins? Stuhl und Ausrüstung. Mulige Stuhl und Ausrüstung von den Feldschnäbeln. Ich will das mit meinen Kollegen wieder beschwören. Da ist er doch! Und ne Mana-Infusion hinterher. Gut. Dann kommen wir mit. Wo rennt er denn mit dem da hin? Warum rennt die so weit weg? Jetzt mal dieses Angreifen muss ich aber auf eine andere Taste legen. Das ist nicht so gut, so. Oder kann ich das so machen? Jo. Mal auf 2. Folgen bleiben auf... Nein, ja, auf 3 kann ich das nicht legen. Folgen bleiben auf 6, so. So, da haben wir ihn doch. Zum Aufsammeln F drücken. So. Genau, gib ihn mal richtig. So, hab ich schon... Oh, jetzt hab ich hier voll geöffnet. Hab ich jetzt alles? Ne, einen Bräu noch. Einen Bräu noch. Da. Genau, schnapp dir den mal. Gut. So, Ausrüstung haben wir jetzt voll. Gut. Jetzt geht's back. Zurück zum Lager. Dann können wir das abgeben. Tschuu, 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 tschuu. Und dann, mal sehen, was wir da für kriegen, ne? Kann man das hier eigentlich auch schon mal gucken? Dick EP kriegen wir. 1500 EP. Nice. Ich bin ja mal gespannt, was der hier noch für Skills kriegt irgendwann. Das sind bestimmt ganz nette Sachen. Der ist so arschlangsam, der Typ. Egal. So. Da müssen wir hin. Och geil, dass der eben auch so runterknallt. Hallo. Das ist mit eurem Gesicht. Ja, danke. So, weiter geht's. Weiter geht's. Tschuu. Hier zum Fragezeichen. Da kann ich noch... Ach guck mal, da gibt's auch noch neue Quests. Eure Neugierde hat eigentlich auch nicht gebraucht. So. Die gebe ich mal ab hier. Oh. Oh. So. Guten Tag. Okay. So. Zack. Den haben wir fertig. Äh, was muss ich jetzt machen hier? Äh, was muss ich jetzt machen hier? Äh, wir sammeln meine Kraftsteile von den Sporenwandlern in der Nähe der Togenbasis. Das ist ja nett, dass die PLM hier hilft hier. Hätte doch nicht sein müssen. Greif ich den jetzt einfach so an? Ja. Sie sehen ein bisschen fett aus, die Jungs. Stufe 6. Oh, ich hab ne neue Fertigkeit. Nice. Aber alleine greift er mich nicht an, ne? Da muss man ihn immer auf Andrück angreifen. Das ist ja voll nervig. Voll nervig. So. Zack. Da können wir nochmal zwei zusammenziehen hier. So. Einen brauchen wir noch. Nehmen wir uns mal den. Den nehmen wir uns aber auch noch. Weil wegen, wir können es einfach. Was ist mit meinem Kollegen los? Warum geht der soweit? So. Da gehen sie down, die Jungs. Und wir gehen zum Quest abgeben. Äh. Tötet gehörenden Gelidus westlich der Turmbasis. Wo der jetzt ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Einen Lagerfeuer hab ich aufgenommen. Hm. So. Ich geh jetzt erst nochmal hier hin. Das Andenken bleiben. Mana aus Morast. Oh, ich hab Schuhe gekriegt. Die guck ich mir nochmal an. So. Was hab ich denn hier gekriegt? Ach, kann ich leider nicht anziehen. Ist es für Stufe 7 oder höher? Ist es für Stufe 6 oder höher? Ist es für Stufe 6 oder höher? Verteidigung plus 2. Erhöht die maximale PM 140. Das ist okay. Krass. Was ist das hier noch? Ach so, jetzt hab ich noch ein bisschen was gekriegt. Ne, die ist nicht besser. Und das hier ist auch nicht besser. Okay. Ja. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Ach ja, richtig. Ich wollte noch einmal die neue Fähigkeit, die ich jetzt gekriegt hab, wollte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und dann werde ich das Let's Play hier beenden. Während ich hier hinlaufe, würde ich euch noch gerne sagen, dass ich mich darüber freue, dass wir momentan wachsen und gedeihen. Ist ja wirklich so. Freut mich auch, dass ihr Interesse an dem habt, was ich hier mache. Und wenn euch das weiterhin gefällt, gebt weiterhin Daumen hoch, kommentiert fleißig. Finde ich echt cool. Und schreibt mir auf jeden Fall auch eure Spielvorschläge. Finde ich auch sehr interessant. Ich guck jetzt nochmal hier, was wir hier kriegen. Lichtschlag 1. Und da wo uns Lebenskraft ist, dieses Leben wiederherstellen. Okay. Aber Lichtschlag 1 zieh ich mir nochmal in die Leiste, damit ich das nicht vergesse hier. Zack. 3. Lichtschlag. Okay. Macht wahrscheinlich viel Schaden, oder? Basisschaden 59. Das ist ja mehr als doppelt so stark. Das ist eine starke Attacke, auf jeden Fall. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und schreibt auch mal in die Comments, ob ihr das Spiel länger spielen wollt. Mir macht es nämlich eigentlich wohl Spaß, auf jeden Fall. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bleibt sauer. Ciao, ciao.